Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Diablo 4. Ich werde des öfteren gefragt, ey Lu, lohnt es sich auf Weltstufe 3 schon Varshan und Gregor zu machen? Und da gibt es jetzt mal eine ausführliche Antwort drauf, weil ich glaube da wird dem ein oder anderen mit diesem Video geholfen. Und zwar müssen wir uns einfach mal die nackten Zahlen erstmal angucken. Gregor benötigt auf Weltstufe 3 3 Stahl und auf Weltstufe 4 5 Stahl um ihn zu beschwören. Auf Weltstufe 4 kann man eine Scherbe bekommen, um Dugela rauszufordern, auf Weltstufe 3 nicht. Die Unix die ihr bekommt sind auf Weltstufe 3 heilig und auf Weltstufe 4 vermacht. Wenn ihr, das könnt ihr schon mal als Grundsatz nehmen für diese Thematik, wenn ihr auf der Weltstufe 3 nur auf der Durchreise seid, so wie ich meistens und schnell durch seid, dann würde ich auf gar keinen Fall sagen Gregor und Varshan machen auf Weltstufe 3. Wenn ihr aber vermutlich Casual spielt, nicht viel Zeit pro Woche und dann das ein oder andere Unix von Varshan oder Gregor haben wollt und lange auf Weltstufe 3 spielen werdet, dann ja, dann könnte es Sinn machen. Varshan ist das gleiche, auf Weltstufe 3 braucht es kein Boast auf das Herz, dafür aber auch Weltstufe 4. Und auf Weltstufe 4 gibt es ein Ei und das gibt es auf Weltstufe 3 nicht. Soweit zu den Fakten. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir die Materialien herbekommen, einmal für Gregor und einmal für Varshan, muss man ganz klar sagen, mit dem letzten Buff von Gregor, wo man jetzt 5 Stahl in einer Truhe bekommt und 1 Stahl in allen anderen Truhen, ist auf Weltstufe 4, ist natürlich sehr viel angenehmer als Gregor zu machen. Auf Weltstufe 3 gibt es immer noch sehr, sehr wenig Stahl aus den Truhen. Er kostet trotzdem noch 3 lebenden Stahl. Also, wenn es irgendwie möglich ist, Leute, würde ich echt versuchen, Gregor auf Weltstufe 3 nicht zu machen. Ihr kriegt keine Scherben, die Sachen sind heilig, das heißt, bis auf die Ausrüstung, also Waffen, könntet ihr nicht mehr in Weltstufe 4 benutzen. Waffen könnt ihr nicht benutzen, Ausrüstung schon. Also, alles, was nicht Waffen sind, könnt ihr auf Weltstufe 4 noch benutzen, erstmal. Aber Waffen auf Weltstufe 4 sind so ein krasser Downer, also heilige Waffen. Deswegen, sagen wir mal, ihr sucht zum Beispiel Zorn von Havogat. Ich glaube, das wird von Gregor fallen gelassen, aus irgendwelchen Gründen, wieso ihr das spielen wollen würdet. Dann würde es Sinn machen, Gregor zu machen, wenn ihr vorhabt, in nächster Zeit viel auf Weltstufe 3 zu bleiben. Bei Varshan ist die Geschichte eine andere. Also, Warshan braucht ja kein Bost auf das Herz, gibt es auch nur auf Weltstufe 4. Und die Bodyparts sind relativ einfach zu farmen. Und Warshan hat allgemein einfach weniger Voraussetzungen, ihn herauszufordern. Es ist nämlich relativ gleich zu Weltstufe 4. Ihr braucht von jedem Bodypart bis auf das Bost auf der Herz einen, genau wie auf Weltstufe 4, einen, beziehungsweise plus dann das Bost auf der Herz. Das ist eigentlich der große Unterschied im Gegensatz zu Gregor, wo er drei lebende Stahl braucht. Das sind zwei lebende Stahltruhen auf Weltstufe 3. Also, ja, vergesst einfach, also allgemein, wenn ihr mich fragt, Gregor auf Weltstufe 3 macht einfach keinen Sinn. Varshan würde ich sagen, ey, mach den, kein Problem. Aber Gregor, ey, wenn es irgendwie geht, dann macht kein Gregor. Ich bin hier gerade auf Weltstufe 4 und da seht ihr, es kostet alles ein und halt ein Bost auf das Herz. Und auf Weltstufe 3 kostet das das Gleiche und halt ohne das Bost auf der Herz. Also, allgemein, wenn ihr es irgendwie könnt, dann nicht Gregor auf Weltstufe 3 machen. Varshan würde ich sagen, macht auf Weltstufe 3 Sinn, wenn ihr vorhabt, längere Zeit auf Weltstufe 3 zu bleiben. Und weil es bei Varshan Sinn machen könnte, auch nur mal ein kleiner Tipp, wie ihr am schnellsten grausige Gaben farmt. Und zwar gibt es in der Season diese Bluternte, das sollten alle wissen. Und hier gibt es pro Stunde elf grausige Gaben, die ihr sammeln könnt. Elf grausige Gaben ist eine Box und das hier könnt ihr mit jedem Charakter machen. Das heißt, wenn ihr mehrere Charakter habt, ob Weltstufe 3 oder 4, dann könnt ihr mit allen Charaktern immer wieder diese Aufgaben machen. Das selbe gilt für die Monstrosität und das Läutern der Samen im PvP-Gebiet. Crossplay ausmachen und dann hier die Monstrosität besiegen. Das gibt jedes Mal acht und nochmal acht grausige Gaben und das auch mit jedem Charakter. Die Monstrosität, die Aufgabe, respawn alle drei Tage. Das heißt, alle drei Tage mit jedem Charakter 16 grausige Gaben hier holen. Das lohnt sich extrem und gibt, was die Eier betrifft, äh was die Eier betrifft, was die Varshan Bodyparts betrifft, einen sehr großen Boost. Außerdem würde ich immer den Weltenboss mitnehmen. Der wird euch ja auf der Midimap immer angezeigt. Kommt alle dreieinhalb Stunden. Und manchmal ist das Zeichen von ihm rot. Das bedeutet, ihr bekommt grausige Gaben und manchmal weiß. Sollte das Zeichen weiß sein, würde ich an eurer Stelle mal auf einen anderen Charakter wechseln. Weil es kann sein, dass auf einen anderen Charakter ihr da fünf grausige Gaben bekommt. Und ich würde den Weltboss immer lieber mit fünf grausigen Gaben machen, als ohne. Weil der ganz schnell besiegt wird, wenn ihr mit mehreren Leuten dabei seid. Schneller könnt ihr fünf grausige Gaben nicht bekommen. Und das halt alle dreieinhalb Stunden. Zusätzlich kommen nach dem Weltenboss ja auch ab und zu diese boshaften Gegner, die dann auch nochmal Varshan Bodyparts fallen lassen können. Außerdem gibt es Dungeons, wie diese hier, die man besiegen kann oder durchspielen kann, um grausige Gaben zu bekommen. Und manchmal gibt es hier Dungeons, die sehr sehr schnell durchzuspielen sind. Wie zum Beispiel Niedergang des Raureifs. Die werdet ihr öfters mal finden als flüsternde Aufgabe. Deswegen Niedergang des Raureifs zum Beispiel. Immer machen, kriegt den eine Minute durch und schneller kommt ihr nicht an fünf grausige Gaben. Solltet ihr noch mehr Fragen haben zu den Endbossen, vielleicht auch zum Icebeast, zu Lord Seer und zu Duriel. Dann schaut euch das Video mal an. Ich habe da mal einen kompletten ultimativen Guide gemacht, wo ihr alle Ressourcen findet, um die herauszufordern. Auf welchem Level die sind, was sie fallen lassen, was für einen Loot die haben und 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 und. Und die Kämpfe und wo ihr die findet und alles drum und dran. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow freuen und über ein Like auf das Video. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.